Servus Servus Yo, 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 was geht meine Freunde? Silvester ist vorbei. Neujahr, zumindest für mich in Deutschland. Da dauert es noch eine Weile, deswegen habe ich auch noch Zeit das Video hochzuladen für euch. Direkt wenn dann Neujahr für euch ist in Deutschland. Das finde ich schon mal sehr sehr gut, denn ich lebe in der Zukunft. Und zwar 10 Stunden. Noch eine kleine Geschichte am Rande. Ich habe vorher schon ein Video aufgenommen und mir ist mein Smartphone volle Kanne hingeklatscht. Hier auf der Harbour Bridge. Erster Schreck war, ach du Scheiße, voll aufs Display. Zweiter Schreck war, das war voll in der Kante, das wäre beinahe ins Wasser gefallen. So, da habe ich es voll in sich aufgehoben und ich bin in der Hinsicht einfach ein gewisser Glückspilz. Also jetzt auf den ersten Blick sehe ich nicht wirklich was. Halt Schrammen an den Ecken und so. Aber Display? Und noch geiler, ich habe ja Rolloclip-Linse drauf. Und das sind vier Linsen in einem. Keine. Keine Brolin. Okay, das nur am Rande. Dass es Neujahr schon mal richtig gut anfängt. So. Im Hintergrund ist auch das AuPera Haus. Da. Zum Feuerwerk. Am Anfang dachte ich, was war das jetzt? Weil es war erst um 9. Erst wollte ich gehen. Ich dachte mir, okay, das war es jetzt. Weil irgendwie alle anderen auch gehen. Dann bin ich aber noch mal woanders hin. An einem besseren Ort. Und da habe ich dann überlegt, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Und wollte dann irgendwie los. Dann habe ich aber gesehen, dass da wo ich eigentlich hin wollte. Meine Rede kurzer Sinn. Da war ein Park. Und die schließen alle Park. Aber es sind sehr, sehr viele gegangen. Weil sie halt irgendwie dachten, das wäre Schluss anscheinend. Ja. Und dann konnte ich rein. Yes. Dann dachte ich mir, okay, geil. Jetzt ist eh noch eine Stunde bis 0 Uhr. Schauen wir mal, was passiert. Und setzen wir uns einfach mal hin. Ich habe ein kleines Video für euch vorbereitet. Sonst wäre ich nicht der Hendrickser. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und guckt auf meine YouTube-Seite, Instagram-Seite. Bla, bla, bla. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Und... Oh no Rose. Haut rein. Wiederschauen. Reingehauen. Oh, das war jetzt vom Game 1. Das war wirklich laut. Ha. Tschüss. Didier Wonderful. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.